Die letzten Monate hatten wir viele schlaflose Nächte. Wir waren uns anfangs oft unsicher, ob wir diesen Schritt wirklich gehen sollen. Wir haben geweint, uns aber auch gefreut und manchmal waren wir auch echt frustriert. Wie bei vielen von euch sind auch meine Eltern damals nach Deutschland gekommen, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Ihr kennt ja meinen Papa, er ist seit über 25 Jahren leidenschaftlicher Koch und in meiner Kindheit habe ich die meiste Zeit in unseren Restaurants verbracht. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als Stinka das erste Mal bei uns war und sich direkt in das Essen meiner Eltern verliebt hat. Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass Risa mich in meinen Träumen unterstützt, denn ich möchte die asiatische Küche auch euch näher bringen. Und heute können wir euch endlich erzählen, woran wir die letzten Monate gearbeitet haben. Unser eigener Online-Asia-Shop. Von uns für euch. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.